Ja, okay, jetzt bin ich wieder hier. Da, wo wir natürlich oft gehört haben. Aber die komischen Steinougen. Steinougen, toll. Nee, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ach, jetzt zeigt er mir die Türe an. Jetzt kann ich hier durch, oder wie? Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Jetzt habe ich es richtig gemacht. Anscheinend. Aber ich kann hier trotzdem noch nichts anfangen. Im Kreis laufen, bis man eine Tür findet. Ja, bin ich. Ich drehe mich nochmal im Kreis. Äh. Jetzt ist die nächste Tür aufgegangen, oder wie? Hä? Verarschen! Hallo? Oder habe ich die Tür gesehen? Da! Da, da, da! Jetzt geh doch mal dahin! Hä? Alter, was ist das? Will das Spiel mich verarschen? Ich glaube, ja. So, jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich nochmal dahin. Wenn ich jetzt das mache, geht die Tür wieder zu. Das war mir sowas von Arschlaut, die Tür geht wieder zu. Nee. Gib mir die blauen Augen wieder. Ja, jetzt muss ich aber wissen. Wenn ich jetzt wieder was anderes mache, ist hier wieder zu. Ich kann jetzt nur Beziehung... Ich kann jetzt nur nochmal runter gehen. Ähm... Wo die verschlossene Tür war mit dem Draht. Jetzt müsste ich gerade überlegen, wie hieß das denn? Ich weiß aber nicht, ob das jetzt offen ist oder wie... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie ich das jetzt gerade mal gemacht habe, dass sie... Das... Ich laufe verkehrt, oder? Nee, ich laufe richtig. Ähm, dass ich jetzt... Das ist immer noch zu. Aber wie komme ich denn dahin? Das ist... Ich sehe nichts. Ich kann mich so verpieken, wie ich will. Ich verpieke mich auch noch wirklich mit. Ich bin zu blöd. Wo macht das? Nee, keine Ahnung. Das ist mir jetzt gerade mal zu... hoch. Ich habe aber auch keine weiteren Leitern hier. Außer die paar. Wenn ich jetzt die Leitern hier wieder hochgehe, komme ich ja wieder zu den Steinblöcken. Was ich aber auch nicht mit viel anfangen kann. Ich wusste es, dass da eine Tür ist. Das sieht mir aber auch schon wieder so, ehrlich gesagt, aus wie eine Türe. Und hier auch. Das täuscht, kann aber auch täuschen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier drinnen und ich weiß nicht, was ich hier drinnen machen soll. Ich kann noch mal in den Kreis laufen, aber das bringt mir auch nicht viel. Jetzt sah es wieder aus, als ob die blöde Tür wieder offen war. Ach, das täuscht durch die Scheiß... durch das blöde Licht. Ich mache jetzt mal das Licht aus. Jetzt geht doch einfach mal da hin. Geh einfach da rein. Haut drauf. Tritt drauf. Schieß drauf. Was weiß ich. Es bringt zwar nichts. Ach, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich jetzt wieder hier das Ding verschiebe, dann ist die Türe wieder zu. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich das jetzt wieder mache, da ist die andere Tür wieder offen. Mach mal Licht an. Mach mal aus. Mach doch nicht mehr Scheiße. Was ist denn, wenn ich jetzt so das habe? Ist da jetzt die Tür immer noch offen? Ne, da ist jetzt wieder zu. Und wenn ich das habe? Ah, ist jetzt offen. Und wir können... Nirgendwo mehr rein. Aber auf jeden Fall ist die Tür jetzt hier offen. Oder ist das jetzt eine andere Tür? Ne. Mit Gelb... Oh, muss ich mir merken. Mit Blaue ist die Tür auch noch offen. Mit Gelb ist die... Ähm, auf Deutsch gesagt kaputt. Jetzt gucke ich mal, was mit Lila ist. Ist die Tür zu? Halt. Gib mir mal... Grün. Ist auch zu. Blau ist sie offen. Gelb war sie offen. War aber so gesagt. Mensch, Kalb kaputt. Was macht denn die Farbe? Ah, okay. Ist also hoch offen. Aber, ähm... Ich komme nirgendwo hin. Ey, ich hätte mir einen Zettel und einen Stift hier herlegen sollen. Dann hätte mir das aufschreiben sollen. Ich bleibe cool. Lila will ich nicht. Blau will ich auch nicht. Grün. Was macht denn? Gib mir mal Pink. Halt. Zurück. So. Da ist Pink. Zu. Ähm... Was ist, wenn er mir Gelb gibt? Ist wieder offen. Schön. Ich kann aber trotzdem nicht viel damit anfangen. Ich denke mal, ich brauche eine bestimmte Farbe. Jetzt ist hier eine Tür weg. Ich denke mal, ich brauche eine bestimmte Farbe, die irgendwie alles gleich aufmacht. Ach, Mann. Ey, das ist doch... Willst du nicht? Ich muss mich erst mal anders hinsetzen, bevor ich hier was weitermache. So. Gut. Ich hätte mir eine Stift rein sollen. Ne. Macht ein blau... Äh, grün. Da muss ich mir erst mal das alles merken. Grün ist zu. Lila. Ist zu. Das Geräusch geht mir gerade mal tierisch auf den Sack. Gelb ist offen. Da haben wir da eine Tür, da haben wir da eine Tür, da ist keine und da ist eine Tür. So. So. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, werde ich erst mal speichern. Labyrinth. Hä? Ach du Scheiße. Mist, Labyrinth. Weil ich muss doch irgendwie, ähm... Gib mir mal wieder blau. Geh mal weg. So. Ach Gott, ey. Jetzt hab ich das bitte, aber ich kann doch hier nicht weiter machen. Das ist doch... So ein Scheiß. Sorry, dass ich das jetzt sage, aber es ist gerade mal wirklich scheiß. Ach, Mann. Und das im Kreis laufen, das haben wir ja gemacht. Das war ja das eine, wo wir hier den... Wo wir das Messer gefunden haben. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob ich jetzt nun irgendwie was... Ich muss auf jeden Fall hier irgendwie was machen, damit ich da runterkomme. Oh, da steht jedes Mal wieder dasselbe da. Mann. Ich werd gleich blöd. Ach, stimmt ja, ich bin ja blöd. Nee, will ich nicht, will ich nicht. Ach, bringt mir erst recht nichts. Bringt mir auch nichts. Nein, leider, nein. Nein, verwenden, nein. Ja, kannst du mal verwenden. Aus uns weise. Sieht so aus, als könnte ich das hier nicht verwenden. Dann prüfen wir das. Ach so. Ich kann aber auch nichts anderes nehmen. Ich hab nichts. Ich hab doch nichts. Ich hab keine Ahnung. Ich steh jetzt einfach mal grad mal so doof da. Weiß nicht, was ich machen soll. Ähm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nochmal hier hin. Nein, da will ich nicht lang. Nein, da auch nicht, dass es blöde Pyramidenkopf. Oh, Alter. Bin ich denn heute so blöd zum Quatschen? Ich kann jetzt hier nochmal hingehen. Aber hier wäre bestimmt auch nichts weiter. Und das ist ja das, was ich jetzt, wo ich gerade war. Wo ich die ganze Zeit, ganze Zeit gemacht hab hier mit den komischen leuchtenden Augen, sag ich jetzt mal. Die Tür ist aber immer noch offen. Die täuscht durch das scheiß Licht. Jetzt geh nochmal da hin. Ich... Jetzt mach doch mal. Hallo. Hallo. Kuckuck. Ah. Grün. Zu. Nein. Was ist denn, wenn ich jetzt nochmal meine Taktik nehme? Nach oben. Links. Nach oben. Nach oben. Runter. Hoch. Links. Rechts. Rechts. Okay. Das haben wir. Ist das so. Jetzt zeige ich mir aber keine weitere. Tür an, die offen ist. Was ist, wenn ich jetzt das ganze Spaß nochmal mache? Den ganzen Spaß nach oben. Links. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Runter. Runter. Eigentlich auch Schwachsinn. Wieder nach oben. Dann nach unten. Äh. Da. Da. Da 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 da. Da ist doch was. Ah. Ah. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Wow. Was hab ich überhaupt gemacht? Ich weiß es gar nicht. Das war's. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and then- James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I... don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Listen. Ich dachte, Maria is tot. Warum? Ich hab's doch gesehen. Die wurde doch erstochen von den komischen Pyramidenkopf, sag ich jetzt immer. Ich sag, ich bleib jetzt beim Pyramidenkopf. Aber die sitzt doch da hinten. Hä? Das versteh ich jetzt gerade mal überhaupt nicht. aber egal ich will dich nicht berühren okay wir werden sehen wie es weiter geht ich sagte mal tschüss